Nein, nein, der ist weg. Ach, Mike, ja. Den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich. Nein, aber so weit ist es vorbei. Ich komme. Hab ich ihn? Weiß ich nicht. Ich komme, ey, easy, ich f*** den jetzt. Warte, ich komme. Ich habe ihn markiert, ich habe ihn markiert. Halt durch. Gegner gestört, das EMP, er kann nichts machen. Ja? Geil. Ja, ja. Ich bin unterwegs. Komm da, bin da, bin da. Eine Rakete unterwegs. Ein Hit. Zweite unterwegs, Hit. Jawohl, jawohl. Er brennt, warte. Ab ihn gleich. Der haut ab, der haut ab, der haut ab. Dritt unterwegs und bam. Hast du ihn ja, oder? Ja, Taxi, kannst du dich irgendwo ablassen? Ja, Mann. Okay. Was hast du, dein Heli? Diese kleinen Bastard-Heli, ja, ja. Diesen Transport auch. Äh... Mike, ein Bein nur drücken. Pro auf vier gedrückt hält. F1 ist gut. E oder F, wo du willst. Warte ganz kurz, warte. E1, oder nicht? E1, oder nicht? Ja. Ich steig aus. Ich bin wenigstens gut, Alter. Donato ist auch da. Oh, no! Ach, wir sind auf den... Ach, fuck, zu viele noch. Ja, Bro. Was denkst du denn? Ja, weil wir schon gecapt haben, dachte ich... Okay, da bin ich mir so viele. Okay. So, der Mike landet da auch gerade. Der Arme. Erste Panzer? Der hat 20 Leben gehabt, der Hut. Hm, steig aus. Immer schön bei mir spawnen und raus springen. Oh, Tornado! Nein! Tornado kommt auf euch zu! Ja, ist geil. Ich kann nur mit dem Ding fliegen gleich. Ja, ja. Nein! Oh, geil. Boah, ich hab die alle geflankt, Alter, geil. Ich reite im Tornado. Und ich flieg einfach weg, Bro. So gut dieses Spiel, Alter, manchmal. Bro, du musst unbedingt mit dem Sundance, mit dem... Ja, stimmt. Ich kann das fliegen wie ein Eischen. Das ist so gut. Wieso fliegen das Eischen? Ich schwöre, Bro, das ist das Beste des ganzen Spiels. Wirklich. Geil. Ich fliege jetzt zu F1. Du kannst über die ganze Map fliegen mit der Hut. Hier, unter dir. Unter dir, Mike. Ja, ich steh drauf. Boah, wie hoch ich bin. Ich bin über dir, Alter. Und wieder hoch. Was? Du bist nicht gestorben? Ich fliege mal F1. Ich fliege mal F1. Ja. Panzer. Eine unterwegs. Der gehört mir. Hab ihn. Bei F1 noch Panzer, Bro. Komm mal. Und du bist schon F1? Ja, ja. Oder weißt du, wie viel hier noch los ist? Ja, okay. A1 haben wir auch verloren. Ich fliege A1. Okay. Boah, drei Leute, vier Leute. Einer hab ich gemessen. Sauber. Das ist nur noch der Panzer bei F1. Der fliegt wie so ein Eischirmchen. Der fliegt. Der andere fliegt. In der Luft. Hab ihn in der Luft! Dieses Eischirmchen. Geil. Really? Oh oh. Hoch mit mir, hoch mit mir, hoch mit mir. Hoch mit mir, hoch mit mir, hoch mit mir. Das ist warm, ja. Ich kann den schicken. Gut, okay. Perfekt. Ich fliege wieder über C1. Spring hier, Bruder. Hier. Vertrau mir. Genau jetzt. Hier noch ruhig viele hier sind. Ich bin da. Ich schieße einfach rein. Ich sehe nichts. Oh oh, ein bisschen. Oh, hinter mir. Fuck, Alter. Der ist reingelaufen. Der ist an der Leiter, an der gelben. Unter dem Rohr. Da hab ich gestorben. Komme. Warte, ich markier den. Ich markier den. Okay, genau. Unter dem Rohr. Gesehen, gesehen. Der ist weg. Gesehen. Da ist noch einer. Oder kommt recht vom Berg. Vom Berg kommen die alle. Komm mal her. Ich werde gehackt. Komm bei mir rein. Ich lass dich wo raus. Ja, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte. Warte, warte, warte. 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 Hier raus. Im Busch. Unter uns. Geht raus hier. Aber du ziehst zu viel, Alter. Nein, Unfall. Der Bastard. Wir haben uns gerammt, Alter. War so gut dabei, Mann. zu ruhen. Warte. Ist bei dir ein Panzer easy? Nee, aber voll viele Gegner, Alter. Und ein Minnowwirt. Mike, bei diesem Fahrzeug, Mike hinter dir, hat es, hat es, hat es, hat es, hat es. Nein, nein, es rät noch. Er ist aber weg. Da kommt aber noch ein Fahrzeug zu dir von der anderen Seite. Da hinten, neben dir, Mike, guck mal neben dir, siehst du? Abgesprungen, Mike. Auf der Hauptstraße. Da ist einer bei dir. Jawohl. Den habe ich. Jetzt bestand die Rakete. Rakete startet, genießt die Show. Hinter euch Fahrzeug, diese Overcraft. Hat es, Hits? Ja. Abgesprungen oder nicht? Ja, abgesprungen. Bei euch. Hab ihn. Sauber. Um auf dem Berg steht noch was. Hab ihn. Sauber. Nehmt ihr Overcraft von dem. Ja. Ich hole dich ab, Mike. Komm, noch nicht. Warum fliegt noch ein Heli, aber hier? Wohin, Bro? Ich komme. Wie ihr meinst? A1 am besten. Haben wir verloren. A1, ja. Unsere Base ist ja A1. Oh. Ja. Wir sind attackiert Charlie Mark. Wächstbar. Das ist gerade der sicherste Menefone nicht korrekt. Da am Berg. Ich komme jetzt zu weit reden oder was? Ja, ich komme. Der fliegt weg, der fliegt weg. Panzer, ich komme. Oh mein Gott, das ist ein Panzer. Das habe ich gar nicht gesehen. Markiert mal. Ja, gesehen. Ich habe einen Panzer. Ein Lass-Town. Ein kleines Kettenfahrzeug. Okay. Kettenfahrzeug habe ich gesehen. Ein Hit auf jeden Fall. Drei Hits. Ich habe den Tüten, der drin saß. Sauber. Ich habe noch einen. Sehr gut. Ich habe noch mehr. Ich habe ihn. Noch einer markiert. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Hier. Hinter dem Container. Sauber. 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 Ah! In meinem Haus. Oh mein Gott. Wie die alle wegfetzen. Aber ich sehe, ganz ehrlich, hast du gerade Bugs oder so? Irgendwelche Probleme? Nein, jetzt nicht. Ja. Siehst du? Weil du neu gestartet hast. Ich hoffe, ich habe ein Brech. Ich denke schon, aber... Hier ist ein Overcraft bei euch. A1. Mittendrin A1. Ein Hit. Ausgestiegen, Mike. Ja. Ich habe die Granate geworfen und... Auf der anderen Seite bei... Kannst du Mike helfen, Easy? Nein, ne? Naja, schwierig. Alles gut, alles gut. Aber es ist nur noch einer von denen. Ich guck mal. Alles gut, ich bin da. Ah, da war noch einer. Jetzt gerade gespawnt bei dem... Ich hatte den einen. Das ist wieder einer gespawnt, ich bin zu zweit. Ohne den Weg. Hinterbauf. Krass. Warte, bis ich bei dir gespawnt bin. Lebst du noch? Ja, ja. Okay. Hast du den? Nein, der ist hier auf dem Dach. Auf dem Dach. Ich habe einen, noch einen. Ist der nur laufender? Ich weiß nicht. Habe ihn, habe ihn, habe ihn noch. Sauber. Okay. Hast du den echt gebestert, Mike? Ja, Bro. Ist doch ein Asieler. Da kommen noch welche von unten, vom Berg. Ja. Schon oben in dem anderen Haus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Panzer. Ich komme, ich komme. Schnell weg, Mike. Markiert und haut ab. Wo ist der? Ich habe nichts zu sehen. Ah, gesehen, gesehen. Also zwei Fahrzeuge. Nebeneinander. Zwei Stück. Nebeneinander, einmal diese Overcraft und Panzer. Overcraft down. Und der Panzer. Ich komme. Und der Panzer. Hans hat gute Hits. Haut ab. Noch ein Panzer. Ja. Ja, schnell, Mike. Ich habe keinen C4 mehr, Alter. Ich drehe. Ich nehme aufs Dach. Ich brauche einen C5. Ich brauche einen C5. Ich brauche einen C5. Ein Panzer hat gut Hits, hat Hits. Haut ab. Wo ist der Panzer? Der rollt runter. Ist ausgestiegen. Repariert, glaube ich. Oh, das ist gut. Das ist jetzt. Guck mal. Eichhörchen kommt, Alter. Hier ist Panzer. Noch einer daneben. Einer da. Oh mein Gott, schaffe ihn. Schaffe ihn. Oh mein Gott. Daneben ist auch noch einer. Der brennt. Noch ein Panzer daneben. Easy. Ich habe nichts mehr. Ich komme. Ich komme schon. Aber ich habe auch was. Die nehmen mich an. Gesehen hier. Auf pink. Repariert. Der repariert, Bro. Der brennt. Der brennt. Der brennt. Der brennt immer noch. Der kriegt ihn wieder rein. Okay. Ich bin da. Einer unterwegs. Ab ihn. Ausgesprungen. Rausgesprungen. Ja, okay. Oh, die haben Alpha eingenommen. Ich muss mich ein bisschen verpissen. Der ist hinter dem Stand. Ja. Habt ihr hinter dem Stand? Ja, nice. Pass auf, von oben kommen die jetzt gleich. Ja, ja. Links. Rechts. Mike, wir müssen uns, glaube ich, hier verpissen, Alter. Geht schon. Ich muss hier weg. Der hat mich gescannt. Fahrzeug bei euch. Ja, ja. Ich muss hier weg. Kettenfahrzeug. Down. Fahrzeug down. Der verfolgt mich. Aber einer rausgesprungen. Der jagt dich. Ja. Ich fliege weg. Ich fliege weg. Ja, ja. Ja, ich bin nachher. Ja, ich bin C2. Ich fliege weg. Stags, ich fliege weg. Glocke weg. Die runde ist erster. Nein, nein. Okay, wo ist der? Ich glaube, er ist über uns. Der ist noch höher gelaufen jetzt. Wer ist einer? Wenn ein Panzer sagt, du sagst Bescheid. Ein Sniper ist dort. Der Panzer hat mir Leben gerettet. Das kommt schnell. Hey, wo fährt der hin? Wir kämpfen doch. Ach so, der wird C-Capt. Okay. Hey, wo fährt der hin? Wir kämpfen doch. Der kommt unter mir rauf gleich. Ich sehe nicht. Ich bin bei C1. Mit dem komischen Typen. Wir haben C1 gleich. In einem Dogfight. Okay, wir kommen jetzt zurück. Scheiße. Oh, Pusschen. Wenn ich da stehe, ja, gell? Haben wir eingeloggt? Wir wurden gehackt, jetzt checkt das nicht weiter. Oh, nein. Nein. Oh, der ist gut. Wo, wo? Bei den Kugeln, bei den Kugeln. Der geht jetzt Richtung... Ah, der fährt weg mit mir. Ich glaube, der fährt D2. Okay. Das kann er mit mir hinladen. Oh mein Gott, der wird aufgestattet. They've occupied Charlie's Deckung. Ah, der ist zu blöde. Der ist echt blöde. Der ist echt blöde. Scheiß drauf. Ich muss nur das Einglige machen. Ach, da hast du mit drin? Ja, ja. Aufgezogen. Der hat 3er Kugeln. B und das Echelische Style. Zu A1. Let's go. Vielleicht sehe ich schon unterwegs vom Panzer. Wo ist Panzer? In dem ich sage, vielleicht sehe ich schon unterwegs vom Panzer. Okay. Da ist Heli. Wo? A1? A1, ja. Na, B1. A1. A1 ist richtig voll, ja. Ach so. Der B1 wird nicht so lange. A1. Da soll ich das machen. Ich brauche mich zu spüren. Geh. Deine. Jesus, ich brauche. Oh mein Gott. Ich brauche mich zu spüren. Einfach zu spüren. Ich brauche mich zu spüren. Einfach zu spüren. Möben. Ich brauche mich zu spüren. Das ist eine gute Frage. Aber ich hab mir das. Ich habe das. Drei Sekunden da. Er fährt rein zu A1, erst, ja? Echt? Ok, gesehen. Down. Answer down. Wir sind da und sind da und sind da. Oberwall, da, am Dach ist doch keiner. Ich höre jetzt da. Ich würde den vor dem Dach fahren, oder? Warten, ich abmachen. Unter der Stuhl liegt da, Alter. Unglaublich. Gewinnen wir noch? Nein, ne? Ich lebe noch. Aber wir verlieren die scheiß Spiel, Alter. Aber das ist sogar eine gute Runde, Alter. Mach ich Bock. Ja, Mann, das hat echt so lustig, die Runde. Ah, schade, Mann. Oh mein Gott, ich wurde wiederbelebt, wie gut. Ja, Mann. Ah, schade, dass es vorbei ist. Ah, schade. Ja, Mann. Aber doch 20, wie geht das? 23,4 oder was? Die beste Fahrzeuge ist, glaube ich, der Abi. Sauber. Mach deinen Kopf ist. Falsch im Kild, Alter. Einen Falsch im Kild. Hammer. Ich habe auch ein Eischhörnchen geholt in die Luft. Ja, Mann, der Eischhörnchen. Das war wahrer Runde, Alter. Ich wusste, dass diese recht Todlacher Runde, ja? Easy. Das war richtig gut, Alter. Das klipp ich auch, das muss ich irgendwann mal hochlappen. Bei A1, Alter, das war immer gut.